Es ist Mittwoch, der 26. Oktober und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu der Verfolgungsjagd von Duquon und Infos über den neuartigen Telegram-Marktplatz. Ihr erfahrt von Apples neuen Krypto- und NFT-Richtlinien und warum diese eine Bedrohung für das Web3 sein könnten. Und neben unserem täglichen Blick auf den Krypto-Chart und den Floor-Preisen auf OpenSea, blicken wir auf einen interessanten Marktbericht von Binance, Aussie Ostborns Metaverse-Auftritt und den überraschenden Rücktritt von BitMEX-CEO Alexander Höppner. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Starten wir die heutige Folge mit der Duquon-Verfolgungsjagd. Eigentlich wird der ehemalige TerraLabs-Gründer gerade von Interpol und der eigens ins Leben gerufenden Investorengruppe gesucht. Umso größer die Verwunderung, als am Wochenende ein Bild auf Twitter kursierte, das den Terra-Gründer in einer Bar in Lissabon zeigen soll. Dazu schrieb Pantera, der das Bild veröffentlichte, auf dem auch er selbst zu sehen ist, dass Duquon größtenteils per Zug durch Westeuropa reise. Bei dem Bild selbst handelt es sich zwar tatsächlich um ein echtes Foto, welches den Terra-Gründer in einer portugiesischen Kneipe zeigt. Doch ich muss Euch enttäuschen bzw. Mittler schon fast sagen, wir können uns auf weitere News freuen. Der Grund dafür ist, dass das Bild nicht am vergangenen Wochenende, sondern bereits im November 2021 am Rande eines Terra-Meetups in Lissabon entstanden ist. Tatsächlich soll der Südkoreaner laut Medienberichten seine Wahlheimat Singapur in Richtung Dubai verlassen haben. Ich sag nur, wir bleiben dran und hier werdet Ihr dazu auf jeden Fall nichts verpassen. Ich kann Euch mit Freude verkünden, dass der Rocker Ozzy Osbourne einen Kurs auf das Metaverse eingeschlagen hat. Laut seiner neuesten Pressemitteilung wird der legendäre Frontmann zum diesjährigen Metaverse Musik Festival seine legendäre Ostfestmarke wiederbeleben. Die Fans können sich also darauf freuen, dass eine ganze Reihe von Heavy-Metal-Wahnsinn auf dem Event von Dissentraland zu sehen sein wird. Die Ankündigung kommt jetzt, nachdem ich Euch ja bereits davon berichtet hatte, dass Dissentraland über 100 Künstler für das Festival zum Thema Cyberpunk präsentieren wird und die Musiker aus allen Genres auf insgesamt 15 Bühnen auftreten werden. Wer nochmal mehr dazu erfahren möchte, gerne einmal in die Shownotes gucken oder die Podcast-Timelines abchecken. Da habe ich das Ganze schon einmal vorgestellt. Kurz sei aber nochmal erwähnt, dass das diesjährige große Musikspektakel vom 10. bis 13. November stattfindet und von der Web3-Plattform Kraken präsentiert wird. Nachdem ich Euch in der gestrigen Folge über den Rücktritt des Polkadot-CEO informiert habe, gibt es heute erneut News über den nächsten Chef, der seinen Hut nimmt. Dieses Mal geht es um keinen geringeren als CEO Alexander Höppner, der den Posten als Chef der Kryptobörse BitMEX mit sofortiger Wirkung räumt. Übergangsweise soll der bisherige CFO Stefan Lutz dem Posten als CEO übernehmen, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden sei, heißt es. In einem Statement dankte Lutz seinem Vorgänger, ließ die genauen Gründe für den Rücktritt aber offen. Experten seien sich einig, dass dieser Schritt ein wenig Überraschung kommt, war es doch Höppner, der im Januar 2021 BitMEX übernahm, nachdem die Kryptobörse aufgrund regulatorischer Schwierigkeiten in Schieflage geraten war. Damit wechseln wir heute erstmalig die Kategorie, wechseln zu CoinMarketCap und schauen uns einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährung an. Wir sind zurück, würde ich sagen. Ist der Kryptowinter vorbei? Naja, so ganz will ich es jetzt nicht sagen, aber ich kann mitteilen, gestern war wirklich ein Wahnsinnstag für die Kryptowährungen. Bitcoin anfänglich bei 19.500 Euro, so haben wir den Tag zuvor ja beendet. Dann kann ich euch mitteilen, wirklich den ganzen Tag über reine Seitwärtsbewegungen, bis circa die Börse an der Wall Street geschlossen hat, oder kurz davor besser gesagt, denn so circa 18 Uhr hieß es, ab nach oben, der Bitcoin schoss um 4% nach oben, über die 20.000 Euro Marke mal wieder, sodass wir aktuell beim Bitcoin von 20.200 Euro sprechen. Wenn ihr denkt, das war es schon, muss ich euch auch hier enttäuschen, beziehungsweise es ist eine super Nachricht. Ease gestartet mit circa 1.350 Euro in den Tag. Hier gleiche Timeline, reine Seitwärtsbewegungen und Ease, jetzt haltet euch fest, schoss 10% am gestierigen Tag nach oben, sodass wir fast nicht nur die 1.400 Euro Marke schon längst geknackt haben, fast noch an die 1.500 Euro Marke gekommen sind. Mal schauen, ob dieser Aufwärtstrend, wenn ihr diese vorgehört, weiter angehalten habt, denn ich kann euch mitteilen, Ease aktueller Kurs 1.490 Euro. Ja, ihr habt richtig gehört, fast 10% nach oben. Wenn wir uns die anderen Kryptokurse anschauen, kann ich euch auch mitteilen, BNB plus 4,6%, Ripple, naja, plus 1,28%, Cardano, Solana plus 14% jeweils, Solana über die 30 Euro, wieder 32,20 Euro. Dogecoin, Polygon, Polkadot, plus 7, 3 und 8%. Aber auch alle anderen Kryptowährungen kann ich euch mitteilen, wirklich stark performt gestern. Die Ausreißer hier nochmal, Algorand oder der Toncoin. Toncoin mit einem Plus von 14% am gestrigen Tag. Hier der aktuelle Kurs bei 1,60 Euro. Ansonsten, wenn wir uns die weiteren Rubriken anschauen, kann ich euch sagen, dass wir hier keinen weiteren Ausreißer in den Top 50 haben. Um nochmal auf den ApeCoin zu schauen, da dieser ja wirklich durch die SEC sehr gelitten hat, kann ich euch auch hier mitteilen. Plus 7% hieß es am gestrigen Tag. Wir kommen wieder Richtung 5 Euro. Der aktuelle Kurs vom ApeCoin 4,90 Euro. Damit würde ich doch sagen, verlieren wir keine Zeit, gehen optimistisch Richtung NFT. Starten wir die NFT-News mit etwas Optimismus, der aber jetzt auch etwas gebremst wird durch Binance, die in einem neuen Marktbericht dem NFT-Sektor ein hartes, zurückliegendes Quartal attestieren. Ihr habt richtig gehört, zurückliegend. Also wir können weiterhin optimistisch bleiben. Doch kommen wir jetzt zu dem Marktbericht. Laut Binance sind die NFT-Verkäufe im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 73% gesunken. Das Handelsvolumen sei drastisch eingebrochen und die Anzahl der NFT-Käufer eingeknickt. Binance zufolge ist der NFT 500 Index im dritten Quartal um rund 28% gefallen, womit die NFT-Preise nahezu allzeit Tiefstände erreicht haben. Ein kleiner Hoffnungsschimmer sei, dass im gesamten dritten Quartal die Zahl der Transaktionen höher als 2021 waren und zusätzlich habe das Transaktionsvolumen im September nach den schleppenden Sommermonaten wieder angezogen. Dabei stämme Ethereum zwar immer noch 65% Marktanteil, aber die NFT-Verkäufe für Solana nehmen weiter an Fahrt auf. Laut Binance habe sich der Markt von einem Monopol in ein Oligopol verwandelt. Die speziell auf EAST basierende Handelsplattform OpenSea führe nach wie vor, aber insbesondere Magic Eden, der NFT-Marktplatz, der schwerpunktmäßig auf Solana baut, beanspruche immer mehr Marktanteile für sich. Kommen wir zu dem Tech-Giganten Apple. Am Montag, den 24. Oktober, hat das Unternehmen um CEO Tim Cook die Richtlinien des App-Stores gegenüber Kryptowährungen und NFTs überarbeitet. Apps dürfen keine eigenen Mechanismen verwenden, um Inhalte oder Funktionen freizuschalten, wie zum Beispiel Litenzschlüssel, Argument Reality Marker, QR-Code, Kryptowährungen und Wallets für Kryptowährungen heißt es in der entsprechenden Änderung. Besonders hart aber treffen die Richtlinien NFTs. Diese dürften demnach zwar angezeigt werden, aber keinerlei Funktion oder Handel außerhalb des App-Stores bieten. Auch externe Links, die Kunden zu alternativen Zahlungsmechanismen leiten, seien dem Guideline zufolge verboten. Damit ist das natürlich gleich der nächste Hammer von Apple zum Thema NFTs, nachdem ich euch ja Ende September mitteilte, dass Apple erstmals den Verkauf zwar von NFTs über den App Store erlaube, aber Startups für den Service im App Store 30% Gebühren auf jede Transaktion zahlen müssen. Der CEO von YDLive, Jason Baptiste, erklärte Apple in der Folge zur größten Bedrohung für das Web 3. Der Messaging-Dienst Telegram hat die bevorstehende Einführung seines hauseigenen Web3-Marktplatzes angekündigt. Das Unternehmen ziele darauf ab, Premium-Blockchain-gebundene Benutzernamen zu versteigern, von denen das Unternehmen sagt, dass diese keine NFTs seien. Die neuen Assets werden sich aber vom NFT-Smart-Contract inspirieren lassen und über die hauseigene Blockchain The Open Network, kurz Tonbetrieben. Telegram versucht sich von dem Space-Namen NFT zu distanzieren, wahrscheinlich aufgrund einer Flut von schlechter Presse. Mal schauen, ob sie ihre Meinung nach den erst kürzlich gedroppten Reddits-NFTs und dem einhergehenden Hype wieder ändern werden. Doch kommen wir nochmal auf das Thema Telegram-Marktplatz. Über den Marktplatz zieht Telegram darauf ab, die Verwendung von Premium-Benutzernamen zu monetarisieren, indem es eine Reihe von Auktionen startet. Sollte sich das Programm als erfolgreich erweisen, will Telegram das Ganze dann auch auf andere Assets wie Kanäle, Emojis und Sticker ausweiten. Damit sind wir mit den NFT-News, wechseln noch ein letztes Mal die Kategorie, wechseln zu OpenSea und schauen uns einmal die aktuellen NFT-Floorpreise an. Wir blicken auf OpenSea, Platz 1, Handelsvolumen 640 Eves, die Bored Apes, der Floorpreis bei 74,20. Ist natürlich jetzt hier sehr interessant wiederzusehen, welche NFT-Collection aufgrund des wirklich stark steigenden Eves-Preises entweder gestiegen oder gefallen sind. Wir haben Azadid mit einem Floor von 1,32. Dann haben wir natürlich in den Top Tens massig vertreten die Collectibles-Avatars bei Reddit, die wirklich mit einem Floorpreis zwischen 0,3 und 2 Eves komplett hier vertreten sind. Clone-Ex mit einem Floorpreis von 8,80. Die Doodles zum Beispiel jetzt im Projekt, was im Floorpreis stark gesunken ist. Hier der Floorpreis bei 7,4. Die Moonbirds kann man sagen, eher gleich geblieben. Hier der Floorpreis bei 9,45. Die Neolinks 0,17 im Floor. Azuki sogar gestiegen. Hier der Floor geht Richtung 12. Der aktuelle Floorpreis bei 11,7. Dann haben wir STM Locked, also Street Machine Locked. Der Floorpreis hier mittlerweile bei 0,17 auch. Gitaro World Official mit einem Floor von 0,18. Die Pachy Penguins wieder über die 3 Eves gekommen. 3,05. Ranga weiter Abstieg. 1,40 heißt es hier aktuell. Dann haben wir die Moonrunners Official mit einem Floorpreis von 0,11. Die Goblin auch weiter im Fall. Mittlerweile bei 0,85 angekommen. Die Cyberkongs auch wieder mal vertreten. 15,32 heißt hier der aktuelle Floor. Die Murakami Flowers Official mit einem Floorpreis von 1,23. Und wenn wir uns in der unteren Region Platz 99, 100 umschauen, kann ich euch mitteilen. WeFriend Series 2 auf Platz 99, Floor bei 0,38. Und Gattercat Gang mit einem Floorpreis von 4,67 auf Platz 100 auf OpenSea. Okay, damit war es das wieder für heute. Wir sind durch. Mitte der Woche ist geschafft. Ihr wisst, was das heißt. Mittwoch, 20 Uhr, Discord Call. Heute ist der nette Believens zu Gast bei uns. Er war ja auch schon mal in dem Podcast, hat sein NFT-Projekt mit dem Weingut vorgestellt. Gerne einmal das Podcast-Interview hören. Aber heute ist er da, denn der ist bei 10KTF mit dabei. Meine Vermutung ist, der promotet das Ganze und ist 10KTF selber. So viel weißer dazu. Er stellt uns das Projekt heute noch mal vor, denn es gab viele Announcements dazu. Das Projekt ist sehr komplex, weil es ein OG-Projekt, also schon von Anfang an dabei ist. Und hier sind Kooperationen en masse geplant. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ab 21 Uhr wird er bei uns zu Gast im Discord sein. Links zu dem Discord findet ihr in den Shownotes. Ansonsten kann ich euch noch mitteilen. Gestern gab es ja ein YouTube-Video. Da habe ich euch mitgeteilt, beziehungsweise zeige ich euch einmal, wie ihr Ethereum in Wrapped Ease einmal umtauscht und Gebote auf OpenSea platziert und so günstiger NFTs bekommen könnt, in Anführungsstrichen. Denn ihr könnt natürlich Gebote platzieren, die unter dem Floorpreis liegen. Aber natürlich der Disclaimer, alles keine Finanz- oder Anlageberatung. Das zeigt natürlich, wie ihr Use Cases umsetzen könnt, Neuerungen und ist natürlich auf ein Projekt wie Adidas bezogen, das, wie gesagt, meine eigene Meinung, meine eigenen Gedanken darstellt und soll zu keinerlei Anlage- oder Finanzberatung führen. Ich wünsche euch damit abschließend noch einen schönen Tag und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze hier unterstützt. Mit einem Abo, einem Follow da lasst und alles Weitere zu den Socials natürlich gerne folgen. YouTube, Spotify, Apple Podcast, ihr wisst Bescheid, gerne bewerten. Ansonsten würde ich sagen, schönen Tag euch noch und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder da seid und es heißt All-In NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.